Aber der Beste meiner Probe war tatsächlich der von Roumanet. Für mich war der Beste meiner Probe von Katja. Das war kann das. Das kostet ja dreimal so viel. Das kostet ja dreimal so viel wie Bruno Roche. Entschuldigung, dreimal. Das kostet 400 Euro. Einkauf! Oder Mehrwertsteuer. Wie krank ist das denn? Das ist nur von mir Grün. Das war der erste Flight. Ich hab ein Prämie-Grün. Wohin Roman ist. Prämie-Grün. Komm wir rufen Roman an, ob der jemand helfen kann. Er hat eine tolle Probe gemacht, der Angelo. Eine tolle Probe. Ich hab mir echt Mühe gemacht. Er hat ihn wirklich gemacht.